Das Viviverse geht in eine weitere Beta-Phase, außerdem sehen wir den nächsten Lamborghini NFT-Drop, außerdem gibt es spannende Details für den nächsten neuseeländischen Briefmarken-Drop, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Kommen wir zu einer der schönsten Nachrichten meiner Meinung nach zum Sonntag. Und zwar gibt es nämlich eine weitere Einladung für eine weitere Phase fürs Viviverse, und zwar eine weitere Beta-Testrunde und ich bin tatsächlich auch dabei und bin da auf jeden Fall extrem happy drüber. Und ihr könnt auf jeden Fall auch ein Review von mir zum Viviverse erwarten. Das Ganze ist aber unter NDA, beziehungsweise ich darf kaum etwas darüber sagen, beziehungsweise mit euch keine Videos, Fotos und so weiter teilen. Ich werde aber versuchen, soweit wie möglich, euch aber hier auch Eindrücke aus erster Hand zu präsentieren und ich freue mich natürlich auch, dass wenn das Ganze in eine Open Beta geht, dann natürlich auch hier mit allen anderen geteilt werden kann. Und ja, wenn du in der Viviverse Beta bist, dann kannst du mir auf jeden Fall auch gerne schreiben, dann können wir auf jeden Fall auch im Viviverse selbst auf jeden Fall das ein oder andere ausprobieren und vielleicht schon mal coole Sachen für Leute, die nicht den Zugang haben, cooles vorbereiten. Kommen wir nun zum nächsten Lamborghini NFT Drop und dieser wird schon relativ bald und zwar nämlich am nächsten Sonntag, beziehungsweise an diesem Sonntag, am 18. Februar um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Wir sehen hier eine tatsächlich relativ alte Variante und zwar nämlich den Lamborghini Counter LP400 und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Auto meiner Meinung nach. Das Ganze wird ein 1 zu 1 Scale Model natürlich sein. Das Ganze wird außerdem in drei Farben verfügbar sein und natürlich wie immer auch ein Blindbox-Fahrt. Um euch nochmal kurz einen Eindruck zu geben, wie das nochmal ein bisschen größer aussieht, das ist das Fahrzeug, was wir sehen werden. Ich persönlich finde es auf jeden Fall einen interessanten Lamborghini. Ich weiß aber nicht so ganz, ob das hier so mein Favorite ist und ob ich den ganzen Drop mitnehme oder nicht. Der Listenpreis dafür wird sehr wahrscheinlich bei 70 Gems liegen und deswegen bin ich da auf jeden Fall noch ein bisschen am überlegen, ob ich das Ganze mitnehme oder nicht. Schreibt mir aber auf jeden Fall gerne eure Meinung zu diesem Auto unten in die Kommentare. Kommen wir nun zur New Zealand Post und hier wird es ja unter anderem auch neue Briefmarken geben. Das Ganze aber auch noch versehen mit einem Special. Das schauen wir uns hier jetzt in diesem Artikel einmal an. Insgesamt sehen wir den Drop hier am Freitag, dem 16. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit und wir werden wie gesagt vier Briefmarken bekommen. Das ist einmal hier die erste, die Uncoming. Das Ganze wird hier übrigens einen Listenpreis von sechs Gems haben und eine Edition von 1888 Stück. Das Ganze natürlich auch überall hier eine First Edition. Als nächstes haben wir dann hier eine Rare. Diese wird eine Editionzahl von 1688 haben. Kommen wir zum nächsten Briefmarken. Diese wird auch nochmal eine Rare sein. Unter anderem hier auch wieder eine Editionzahl von 1688 Stück. Kommen wir zur letzten und das wird eine Ultra Rare sein und diese wird noch eine Editionzahl von 888 Stück haben. Und dann kommen wir noch zu einem Special und zwar nämlich dieser Cigure, eine Miniatur-Cheat, wo nochmal alles zusammengefasst ist von diesen Briefmarken. Das wird hier eine Editionzahl von 688 Stück haben. Und als letztes on top zu diesen ganzen Briefmarken haben wir sogar noch ein Crafting-Event dazu, was ich sehr, sehr cool finde, dass hier auch die neuseeländische Post hier mit einsteckt. Und zwar kann man nämlich hier ein Medaillon bekommen, passend natürlich auch zum Jahr des Drachen. Und das Ganze wird hier, wie gesagt, ein Craft-Event sein mit einer maximalen Editionzahl von 688 Stück. Man muss an dieser Stelle das gesamte Set halten, das heißt auch hier mit dieser Miniatur-Sheet-Sache. Und dementsprechend bildet sich hier auch natürlich die Editionzahl 688. Gibt es davon nur, dementsprechend wird es auch nur 688 von diesen Medaillons geben. Und diese werden auf jeden Fall bis zum 27. Februar um 17. deutscher Zeit hier verfügbar sein zu craften. Das Ganze dann etwa dann knapp zwei Wochen und dementsprechend genug Zeit auf jeden Fall für euch das Gesamte zu craften, euch zusammen zu sammeln und dann hier dieses Medaillon zu bekommen. Alle unredeemed Medaillons werden natürlich danach geburned. Ich bin der Meinung, das Ganze ist auf jeden Fall für den ein oder anderen Briefmarkensammler und der die Briefmarken hier feiert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ob die ganzen 688 Editions dann aber auch wirklich redeemed werden, da bin ich momentan ehrlich gesagt noch ein bisschen am Zweifeln. Schreibt mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, wie ihr allgemein diese Crafting-Events findet, denn ich muss sagen, ich finde es eine coole Sache und bietet auf jeden Fall den Leuten, die es wirklich sammeln wollen, eine coole Option, noch etwas extra zu bekommen. Kommen wir nun zum OMI-Preis, denn der hat sich tatsächlich gar nicht mal so viel bewegt, auch wenn Bitcoin gerade auf 50.000 Dollar wieder zurückgekommen ist. Schauen wir uns aber trotzdem den Chart nochmal an, denn es gibt trotzdem eine interessante Entwicklung, worauf ich auf jeden Fall nochmal updaten wollte. Der Preis hat sich wie gesagt wenig bewegt, dennoch sieht man auf jeden Fall, finde ich jedenfalls, eine spannende Entwicklung. Um euch nochmal kurz zu verdeutlichen, wie ich persönlich jedenfalls momentan jedenfalls den Chart sehe, ich rechne maximal mit einer Reaktion hier in etwa in diesem Bereich, wo ihr diese gelbe Linie seht und rechne von dort dann mit einem weiteren Anstieg. Sollte der Kurs unter diese gelbe Linie fallen, dann wird es wahrscheinlich eher nochmal ein bisschen weiter nach unten gehen. Wo werden wir dann sehen, aber meine Prognose ist prinzipiell eher bullisch und ich bin auf jeden Fall auch bullisch aufgrund von Bitcoin, dass der nachgezogen ist und jetzt wieder die 50.000 geknackt hat, sowie auch einfach das Chart-Technische. Denn wenn wir hier weiter nach unten gewollt hätten, wäre das wahrscheinlich sehr viel schneller passiert, als wir jetzt hier sehen. Wir sehen jetzt auch hier eine grüne Candle, schöne Reaktion auf diesen Bereich und wurden direkt wieder hochgezogen. Er will jetzt wahrscheinlich hier nochmal diesen Bereich nochmal antesten, beziehungsweise gegebenenfalls maximal hier noch diese gelbe Linie und dann rechne ich persönlich mit einer positiven Reaktion. Sollte das Ganze nicht eintreten, dann will ich auf jeden Fall erstmal zurückhalten und schaue, wo der Kurs sich in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen entwickelt. Aber bisher bin ich auf jeden Fall weiterhin sehr bullisch gestimmt. Kommen wir zum nächsten Collector Talk, der ansteht und zwar nämlich am Donnerstag, schon um 20.15 Uhr. Thema wird unter anderem sein, was gerade eigentlich mit Vivi passiert. Denn meiner Meinung nach passiert eigentlich sehr viel mehr, als das, was man eigentlich wirklich so gerade sieht. Dementsprechend kommt auf jeden Fall sehr gerne bei. Natürlich wie immer hier auch mit Enrico und auch Chris am Start. Das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Kommen wir noch zum Artwork dieser Woche und das wird einmal hier von Mark Brooks sein. Einmal mit diesem Cover finde ich persönlich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Artwork. Auch wieder eins zu eins für die Leute, die auf jeden Fall Interesse haben. Ich werde euch den Medium Artikel unten verlinken. Und das waren auch schon wieder die wichtigsten View-News, die du da draußen wissen solltest. Hat dir das ganze Video gefallen, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.